Hey, guck mal hier, die ganze Orde. Hier wollen alle Luzi besuchen. Hier sind wir zwischen Pond und Geldern. Der tut doch nix. Luzi kriegt einen Schreck und fährt davon hier. Ach, guck mal her, hier, die besuchen den alle. Das sieht ja lustig aus, ne? Luzi, hast du gezählt? Wie viel sind's? 71? Ja, Moment. Ich finde das so lustig.